PULSARIS Lasst uns uns umschauen und unseren Stamm hier heute Nachmittag begrüßen. Der letzte Kreis für dieses Mal. Lasst unsere Herzen zusammenbringen und unsere Grüße schicken an Mutter Erde. Denke einen Moment einfach an die wunderschönen Plätze, die du kennst von Mutter Erde und all die Geschenke, die wir von ihr bekommen. Wir bringen unsere Herzen zusammen und schicken unserer Mutter unseren Dank. Ho! 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 Dann möchte ich all die Pflanzenvölker grüßen und all die Tiervölker und all die Menschenvölker. Und dass wir uns daran erinnern, dass wir diese große Familie sehr lieben und all die Dinge, die sie mit uns teilen. Und wir bringen unsere Herzen zusammen und schicken unseren Dank an all unsere Verwandten überall auf der Erde. Ho! 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 Und dann heben wir unseren Blick und sehen, dass dieser Ort nur ein kleiner, kleiner Punkt ist in einer riesigen Schöpfung. Wir lieben unsere Großmutter die Mondin und unseren Großvater die Sonne und auch die Dinge, die dort jenseits davon sind. Und auch wenn wir sie nicht richtig kennen, sind trotzdem Teil unserer Familie. Wir sind einfach froh, dass all die Dinge dort draußen ihren Lauf nehmen, wie sie es tun sollen. Und wir bringen unsere Herzen zusammen und schicken unseren Dank auch an all die entfernten Verwandten im Universum. Ho! 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 Und noch eins, diese geheimnisvolle Kraft, die all das zusammengebracht hat. Falls diese Kraft zuhören sollte, möchten wir, dass sie weiß, wie sehr wir ihre Geschenke schätzen. Wir sind wirklich so dankbar, dass wir am Leben sind, dass wir zusammen sind und dass wir diesen wunderbaren Ort haben, wo wir leben können. Schau dir vor, du wärst ganz alleine auf dem Mars oder so. Schau dir vor, du wärst ganz alleine auf dem Mars. Wir sind aber hier. Lasst unsere Herzen verbinden und mit einem Herzen schicken wir unseren Dank an die Schöpferkraft. Ho! Ho! Michime! Michime! Okay! Okay! We are so connected with our body and soul. Let's share from deep in our heart. Nothing can keep us apart. Ja!